Hallo Internet und Hallo YouTube, willkommen zurück zu Skyrim und wir sind glaube ich als Letztes gewesen in Windhelm und jetzt auf dem Weg nach Winterfeste. Sofern wir jetzt nicht mein Gedächtnis drüben möge. Also ja, ab nach Winterfeste. Das ist ein interessanter Weg wahrscheinlich, schauen wir uns erstmal kurz auf der Karte an, unser Weg nach Winterfeste. Wir haben sie hier entlangführend, nicht in der Festung Kastavta vorbei, also wir versuchen den direkten Weg hier zu gehen. Also so wie wir es heute gewohnt sind. Das ist dann aber auch eins unserer letzten, glaube ich, Aktionen schon, kann das sein? Fehlen dann, ich glaube Rifton fehlt dann einmal, oder? Rifton fehlt uns noch. Ach, ich weiß da nicht, dass ich mich jetzt sowieso nicht falken habe, haben wir abgehakt, da oben haben wir 1er Cup noch nicht entdeckt, obwohl wir schon dort waren. Ja, das Letzte ist sowieso ein Markard, aber das ist wirklich das aller allerletzte auf meiner Liste. Und sobald wir ein Markard entdeckt, sobald wir das Letzte abgehakt haben, nämlich Markard, können wir die Hauptquests mal entlang gehen. Oder so, ich weiß noch nicht, vielleicht war es eine Nebenquest, ich weiß es noch nicht. Wir können auch jetzt nebenbei eine Nebenquest mal machen, wieder. Als erst möchte ich nach Winterfeste, weil, wenn wir zumindest diese Zauber-Ecke mal entdeckt, dann können wir uns ein bisschen getrost sagen, je, wir sind doch nicht so schwach wie mir ausschauen. So, schauen wir mal kurz mal da rauf. Was? Ein Schneefuchs, es greift mich schon ein Schneefuchs an. Okay, alles gut. Ein Schneefuchs greift mich an, alles gut. Wenn ich das ernst nehme, ein Schneefuchs, der mich angreift. Also nehme ich das nicht ernst. Scheint nehme ich es ernst mal. So, Verräterpfosten entdeckt. Ja, ja, hab ich mir ja, das mag ich auch wieder. Ciao, ciao. Unser Glättow, ich war noch Winterfeste. Excuse me. Also noch keine unnötigen Kämpfe und Raufereien in dem Spiel. Ciao, ciao, ciao. Ich komme zum Papa. Sind wir noch auf dem Weg nach Winterfeste oder sind wir noch im Weg auf dem Weg? Äh, je, je. In etwa. In etwa. Ist gut, in etwa. also gehen wir nämlich hier so entlang winterfester feste festen ist da einer wirst du noch kommt schon nicht mehr spinne das mag ich gar nicht nie und 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 Ja, ich bin noch da, keine Sorge. Ich bin noch kurz in Gedanken gewesen, wie ich sterben konnte gegen eine Spinne. Gut. Na ja, Plan, wir gehen jetzt doch zu. Das war mir jetzt ein bisschen zu... Irgendwie halten die Eiswürfe ein bisschen mehr aus gerade. Also mal kurz Waffe wechseln, glaube ich. Zwölf. Nein. Ne, jetzt warte ich jetzt. So, so. So. Stab, Kollege. Jetzt muss ich mich selber mal kurz fragen. Stab, bevor du mich hier noch tötest. Gut. Danke. Willst du mich verarschen? So tun es doch nicht, sei ich erst. Na ja, ich vergesse mal, dass die Eiswürfe mehr... ...Mana haben als die anderen. Ja. Also wir sind ein bisschen gemeiner. Ja, die halten mich aus. Hat man ja wohl gesehen gerade. So ein Schmarrner, ne, Digga. Was wirst du? Nix gut aus wohl. Das ist ja gar nicht. Dann kann man schon in den Quist wieder. Hey, ich habe jetzt recht. Hätte ich noch nicht gesehen, dass das meine ich. Pass immer dann mir, wenn ich in Stress bin. Ne, du links, du rechts, ne, ja, jetzt stimmt's, ne, jetzt stimmt's, so wollte ich's. Wir schauen, vielleicht kämpfen wir jetzt mal, da müssen wir noch zwei hinter, auch an die Idee, sind wir jetzt zum lachen, wenn wir ein 2 hinter kämpfen, aber ja, da ist noch eine, weite, weite Vorsehung, in die weite Ferne ist das mit dem 2 hinter, mit dem Empfindung gescheiden, können wir uns ja damit ärgern, nö, 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 Zweimal Stern pro Bar, das ist ein bisschen viel, oder? Mit der Hohmannab. Man sieht uns nicht, dass wir uns dann sicher. Wenn ihr den Decker mitnehmt. Das ist so ein Ziel, ein erklärtes Ziel. Ist das aber eine Überraschung? Ja, ist es. Ciao, ciao. Seht ihr so, man muss das dann abhauen. Hallo sagen und dann einfach abhauen. Klassiker. Weiß nicht, ist das Wahnsinn, ich kenne. Ich schon. So, Karte. Jetzt sind wir ein bisschen weiter weg von der Drohinhalt. Aber das macht nichts. Jetzt haben wir die Shift-Taste fixiert, das gefällt mir gar nicht. So, ich hätte jetzt aber dann gerne wieder Land gefunden, ohne dass ich mir hier durch Wasser durchkämpfen muss. So, da hat man auch gut, gleich haben wir es geschafft. Jetzt sind wir mit dem Land. So, wir sind am Land. Hi Ho, wir sind am Land. Wir blicken kurz mal auf die Karte. Wir sind jetzt. Kilometer weit weg vom Winterfest. Perfekt. So, wir haben das vorgestellt. Kilometer weit weg vom Winterfest. Ja, wir werden schon hinfinden nach Winterfest. Winterfest ist ein Tierrichter. Ich befürchte, wir müssen nicht schwimmen. Ja. Oh, meine Bände erreicht. Ganz geil. Hm, da hinten ist Winterfest. Jetzt muss man es in die Richtung halten. Ja, dann schwimmen wir mal in die Richtung. Schauen wir mal ran kommen. Hm, was hab ich sonst gemacht die ganze Zeit? Erstmal beim Schwimmzug geschaut. Das ist jetzt nicht so, dass der Burner gerade das Schwimmen von mir hier durch die Gegend, aber was soll ich machen? Aber nicht meine Taktik eigentlich. Meine Taktik hat sich aus etwas ganz anderes bezogen gehabt. Mein Plan war ja eigentlich, den anderen Weg zu gehen, aber wir haben ja gesehen, wie ich kläglich gescheitert bin daran. Aber mir nie ans Winterfeste. Ey, Winterfeste. Jetzt sind wir ganz schön weit, ganz schön weit daneben eigentlich von denen, wo ich eigentlich hinwollte. In der Ferne, wo in der Ferne sehe ich Winterfeste. Ich weiß, ich hätte keinen Schmier auf dem Lager, aber das mal vergibt mir eigentlich kein richtiger Schmier ein. Ein bisschen traurig gerade, dass mir nichts einfällt. So. Jetzt sollten wir wieder auf Grund sein. Dann wären wir auf Nummer sicher. Kleine Überraschung gibt es immer auf diesen Wegen. Ein ganzer Haken der ganze Geschichte ist, wir müssen dann irgendwo hoch noch. Ihr seht, Winterfeste ist da hinten und da hinten rauf müssen wir. Das ist nicht gut. Es ist nicht so gelb aus der Ecke. Hab ich das gehört? Was man jetzt nicht überhört. Da hinten ist ein Schiff. Okay, wir werden jetzt mal kurz die Entdeckung mitnehmen, damit wir uns das Schiff holen. Schauen wir mal die Entdeckung kriegen. Eine große Aufregung. Das ist ja krass. Das sieht man. Das ist ja nicht so krass, ich dachte. Düstere Höhle entdeckt. Okay, die düstere Höhle haben wir entdeckt. Jetzt haben wir noch die Schiffentdeckung. Eine Entdeckung. Da hinten. Wenn wir schon da sind, können wir die Entdeckung gleich mitnehmen. So wurscht. Jetzt fällt ja nichts auf dann. Jetzt läuft da wieder. Vielleicht wenn man aber schwimmen will oder laufen will. Jetzt schwimmt er wieder. Er macht mich verrückt. Da hinten ist ja ein Stern. Da ist ja der Theraisen wieder. Also weitermachen wir wieder am Winterfest. Dann kann ich runter wieder gehen ganz. Jaja. Rückt mich danach bitte. Erzählt es mir. Schreibt es mir in den Kommentaren wie dumm ich bin. Irgendeine Frage. Wenn man fragt, kann man entdeckt welches. Ja, ich. Servus. 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 Oh, da sind noch mehr von denen. Oh shit. Oh shit. Schnell weg. Ach komm, jetzt auch noch Wölfe. Wollt ihr mich verarschen jetzt? Ja genau. Was ist denn jetzt los? Schießt da alles auf mich? Das hat sich kompliziert. Ich will ja gar nicht kämpfen. Ich will eigentlich nur nach Winterfest. So. Wolfi. Kein Wot. Ich bin nicht bereit zu stehen. Vielleicht doch. Yay. Ich brauche mich gerade nicht um. Ich bin mir ja selber um. Ich sehe channels. Eigentlich. Sie ist ein Nein eher heißer. Wir sind dann die zweite Zeich, wenn man heißer ist. Nein, 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 nein. Nein, schon wieder. Nein, ja, kommt genau. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, eine aktuelle Einmeldung. es nicht wir kämpfen nicht nein vergesst das für gestes sondern wir aufkommen sind noch hinterfüste finden dann haben wir noch hinterfüste das garantiert